Wir öffnen in Kartra eine neue Seite, erstellen eine neue Seite, klicken dafür klassisch auf den grünen Punkt, gehen mal mit einer blanken Seite, einer blanken Leinwand raus bzw. rein, vergeben dem erstmal einen Namen, aber wir werden gleich sehen, ganz so blank, ganz so weiß ist die Seite nämlich dann doch nicht, denn wir ordnen es dem Projekt Business System zu, lassen diesen Button hier nämlich geklickt und das signalisiert uns und das signalisiert dem System, aha, der soll die zentralen Dateien, die zentralen Elemente dieses Projektes mit schon auf diese neue Seite ziehen, auf die Leinwand ziehen und als zentrale Elemente habe ich den Header, die Navigationsleiste und den Footer bestimmt und das sollten wir auch gleich bei der neu kreierten Seite vorfinden. Genau, der Header und der Footer, alles was zu den zentralen Dateien gehört und so hinterlegt ist, wird dann auf jeder neuen Seite schon mit berücksichtigt, wenn man den Button so klickt. Heute wollen wir uns darum kümmern, wie Preise dargestellt werden, nicht angelegt, aber dargestellt, visualisiert werden für den Endkunden, für den Konsumenten. Wir haben das sehr häufig, jetzt sind wir gerade mal bei karcher.com, bei der Preisübersicht, wie die ihre Preise darstellen, wie der Hersteller die Preise darstellt und da finden wir eine Übersicht, wie man es häufig heutzutage sieht. So verschiedene Abstufungen, Bronze, Silber, Gold oder sowas, das findet man bei Softwareprodukten sehr, sehr viel und eben auch so bei Memberships, bei Veranstaltungen, selbst auch bei Reisen, Konzerttickets, da gibt es dann Premium, Einlass und so weiter und so ist der User heutzutage daran gewöhnt, an so eine Preisübersicht und die wollen wir jetzt erstellen. Was wir dazu brauchen, ist einmal so eine Empty-Section, ihr habt es vielleicht gerade gesehen, für die Überschrift, da haben wir so einen blauen Hintergrund und den packen wir in eine einzelne Sektion und für die Preisübersicht nehmen wir nicht Features oder Content, sondern wir nehmen vorgefertigte Templates für die Pricing-Tables. Das sind sehr, sehr schöne Vorlagen, die wirklich ansprechend aussehen, mir gefallen sie tatsächlich alle. Ich ziehe mal so ein paar rein, die einfach ansprechend aussehen, zum Beispiel hier, wenn man ein Buch hat oder ein E-Book oder sowas, vielleicht noch mit einem Upsell dazu, so einen Kurs, dann kann man das so sehr, sehr, sehr schön darstellen. Es sieht schick aus, sieht übersichtlich aus, aufgeräumt und ansprechend. Da macht es Lust zu kaufen. Oder diese Übersicht hier kenne ich auch, sehr, sehr schön. Und jeweils mit der Überschrift Find the plan that's right for you, das sieht gut aus. Und das sieht auch sehr, schon sehr nah dran an dem, was wir gerade auf der cartra.com-Seite gesehen haben. Entsprechend löschen wir jetzt die Bereiche raus, die wir nicht brauchen. Das war nur mal kurz zum Zeigen, was da alles unter anderem so möglich ist. Den löschen wir auch raus und konzentrieren uns dann auf das Element, auf dieses Template, was uns als Vorlage dienen soll, um uns in etwa an die cartra.com-Seite zu orientieren. Da haben wir sie nochmal. Oben also dieser blau hinterlegte Bereich und dann die Preistabelle, die Preisübersicht. Damit fangen wir mal an mit diesem blau hinterlegten Bereich. Das machen wir jetzt auch. Also in dieser Sektion, in Sektion 1, wollen wir den Hintergrund komplett blau haben. Style, wir nehmen den Farbcode, der da in etwa deckungsgleich ist. Jetzt sieht man es nicht mehr ganz so gut, aber wir sehen dort hier Drag Column Please, also eine Tabellenspalte soll man einfügen. Und da wir im unteren Bereich, der jetzt weiß ist, wo die Überschrift ist, da wir die Überschrift dort gleich nicht mehr brauchen, ziehen wir die gleich, genau, die Spalte ist schon mal da. Und jetzt, wenn das die Grundlage ist, ziehen wir jetzt die Textkomponente dazu. Man kann es auch einfacher erstellen oder from scratch erstellen. Aber ja, so in etwa habe ich mir das vorgestellt. Den Text kopieren wir da auch noch runter. Wunderbar. Und diesen Bereich können wir gleich wieder rausnehmen. Dazu gehe ich nochmal auf die Columns-Ansicht. Wunderbar. Und jetzt gucken wir uns mal diesen oberen Bereich an. Zum einen, finde ich, ist der Text relativ weit oben, nah an der Navigationsleiste. Das erhöhen wir mal ein bisschen, diesen Abstand von 40 gehen wir mal auf 60 Pixel. Und das sieht schon ansprechender aus, das andere war mir zu nah dran. Und jetzt kümmern wir uns gerade mal um den Text. Der soll natürlich auf Deutsch sein. Den passen wir entsprechend an. Und weiß soll er sein. Ja, bitte, genau. Ja, das kategorisieren wir mal als Heading. Und das hat den Hintergrund, dass Google dann direkt weiß, Oh, das ist die Überschrift von dem ganzen Text, der da vielleicht auf so einer Seite steht. Diese Zeile hier oder diese Überschrift wird als die wesentliche Headline auf der Seite. Also als solche soll sie wahrgenommen werden. Und damit sagen wir Google, achtet drauf, von der ganzen Seite, vom ganzen Text her drauf steht, das ist das, worum es hier geht. Also bitte bei einer entsprechenden Google-Suche, wenn jemand nach Kartra-Preisen fragt, Bitte schiebt die Seite relativ weit nach oben, weil das ist die Antwort. Das ist das, wonach der User sucht. Also wichtig, solche Texte als Heading 1, und dann kann man weiter abstufen, Heading 2, 3, 4 und so weiter, kategorisieren. Das haben wir jetzt gemacht und eben die Unterzeile auch nochmal weiß angepasst. Jetzt kümmern wir uns um die Bearbeitung der einzelnen Spalten, beziehungsweise wir fangen mit der ersten Spalte an. Und in Kartra ist es ja so, hier sieht man es, je nachdem welchen Bereich man gerade markiert, der ist dann eben editierbar. So, jetzt bin ich kurz oben in die Spalte reingegangen und über die orangene Linie wird alles angezeigt, die gesamte Spalte. Hier zum Beispiel, da, genau, ist es jetzt nur dieser Häkchenblock, aber der gesamte Fünferblock. Dann kann ich das bearbeiten, verschieben oder kopieren oder löschen. Oder ich markiere nur einen einzelnen Bereich, so wie hier, dann wird nur diese eine Zeile bearbeitet, kopiert oder gelöscht. Wenn ich jetzt auf Kopieren gehe, haben wir sechs Häkchen, sechs Zeilen, statt vorher fünf. Hier habe ich die einzelnen wieder gelöscht. Okay. Wenn ich hierauf kopiere, der gesamte Block wird markiert, haben wir plötzlich zehn Checkmarks. Und hier sehen wir in dem Block, die ersten drei sind fett. Hier markiere ich den oberen. Gehe dann nochmal auf Kopieren. Jetzt sind die ersten vier Fett. Also man sieht ganz gut, wie individuell man arbeiten kann. Und das gilt für alles in Quartra. Und entsprechend kann man Bereiche komplett löschen oder Teilbereiche bearbeiten oder löschen oder verschieben. Das ist wirklich mega flexibel. So ein paar setzen wir jetzt nochmal, kopieren wir nochmal, gerade von den Fett gedruckten. Und dann werden wir es editieren. Was haben wir alles? Also, als erstes natürlich der volle Funktionsumfang. Dann bereits in der Starterversion 2500 Leads und Kontakte, die gespeichert werden können. 15.000 Mails, die pro Monat geschrieben werden können. 100 Websites, die erstellt, gespeichert, gehostet, live geschaltet werden können. 50.000, ja 50.000 genau, 50 GB Bandbreite für Videos unter anderem. Zwei Membership-Kurse, ja, zwei Online-Kurse, die dann auch nochmal differenzierbar sind in verschiedene Preismodelle und Stufen. Dann gibt es ein Helpdesk für Anfragen, also für deine Anfragen. Ein Terminvereinbarungstool auf der Seite oder Website direkt, dass man nicht noch ein drittes externes Tool braucht. Integration zu irgendwelchen dritten Systemen, wenn man sie denn möchte und wünscht. Zum Beispiel ein separates CRM-System oder so. Die ganzen Formulare, Opt-ins, Chat-Funktionen auf der Seite. Der CarTrust-Support. Also das ist alles in dieser kleinen Version schon drin und zum superschmalen Tala von 89 Euro. Also es ist einfach geil. Und was ich so schön finde, im Gegensatz zu anderen Softwareanbietern, ist, dass in der kleinsten Version schon sämtliche Funktionalitäten drin sind. Also man ist im Volumen, in der Kapazität beschränkt, sinnvollerweise. Sonst darf es ja auch mehr kosten und dann verdient man auch mehr Geld. Aber die Funktionen sind alle da. Und das finde ich so charmant und habe ich häufig als tatsächlich unfair empfunden oder oder irgendwie so als fake, als austricksen, weil bestimmte Anbieter genau wissen, dass Funktionen, bestimmte Bereiche, bestimmte Funktionen für User eben wichtig sind. Und dann musst du nämlich doch auf die höhere Version upgraden. Und das ist bei CarTrust anders. Du hast in der kleinsten Version alle Features mit drin. Und das macht richtig Spaß. Und es ist echt integriert. Ich weiß noch, als ich mich damals angemeldet habe für das System und es da hieß, alles nahtlos miteinander verknüpft, da dachte ich so, ich kenne nahtlose Verknüpfungen. Ja, dann arbeitet die eine Programmierungsabteilung dann doch nicht so mit der anderen zusammen. Aber es ist alles integriert. Es ist alles da. Und das ist mega. Jetzt sind wir einmal glücklich mit unserer Spalte und den einzelnen Funktionen und nachher brauchen wir sie halt nur noch mal für die einzelnen, für die unterschiedlichen Ausprägungen zu verändern. Also in einer anderen CarTrust, in einer höherpreisigen Version sind dann eben nicht 100 Websites inklusive, sondern 500 zum Beispiel oder 250 Gigabyte fürs Hosten der Videos und so weiter und so fort. Aber soweit inhaltlich stimmen die Funktionen. Deshalb lösche ich hier die anderen Spalten raus, damit ich mir die Arbeit nur einmal machen muss. Das Icon verändere ich auch schon mal auf die Farbe, die ich standardmäßig da gerne einsetze. Hier mal ein geschätztes Gold. Perfekt. Und die Preise ändern wir natürlich auch noch, insbesondere mal die Währung auf Euro. Und die Starter-Version kostet ungefähr 89 Euro. Es wird ja ein Dollar abgerechnet und der Kurs verändert sich manchmal ein bisschen. Und das Ganze natürlich auf monatlicher Basis. Das schreiben wir ja auch rein, damit wir es gleich super easy kopieren können auf die anderen Tarife. Start now. Verändern wir auch noch mal den Button ein wenig. Ja, den machen wir ein bisschen kleiner. Sieht schon besser aus. Und zentrieren den. Perfekt. Und schreiben einen deutschen Text dazu. Jetzt für 1 Euro starten. Zum einen ist es deutsch, zum anderen starten. Klingt so wie im Englischen Start. Das ist gut. Und wir signalisieren dem potenziellen User und Kunden auch gleich, er muss seine Kreditkarte zücken. Aber es ist auch nur 1 Euro. Also wir sind transparent und kommunizieren, was ist der nächste Schritt. Und das ist immer hilfreich. Das gibt dem Interessenten Sicherheit. Und das erhöht das Konvertieren. So, jetzt kopiere ich diese komplette Spalte. Das habe ich ja alles in orange markiert und ziehe sie komplett rüber. Das gleiche Prinzip nochmal. Spalte markieren, kopieren, rüberziehen. Der war falsch. Der gesamte orangene Bereich. Wunderbar. Jetzt habe ich es wirklich komplett gleichmäßig. Muss nicht aufpassen, dass irgendwelche Rechtschreibfehler drin sind oder oder oder. Und das Einzige, was ich noch verändern muss, ist die Werte zu verändern. Wie gerade gesagt, vielleicht nicht 100 Websites, sondern 500 sind da mit drin. Oh, gerade, ja, jetzt habe ich den Link schon natürlich kopiert. Ich hätte mal vorher den, also der Button war da, aber der Link nicht. Den füge ich jetzt gerade nochmal ein, dass der Klick dann eben auch zu der Partnerseite von Kartra führt und Kartra tracken kann, dass dieser Kunde über mich gekommen ist und mich auch entsprechend honorieren kann. Habe ich den Link eingefügt und kopiere den Button da nochmal, sodass in allen Spalten der Button mit dem jeweiligen Link hinterlegt ist. So passt es, so mögen wir das. Dann verändern wir noch die Namen der entsprechenden Pläne, sagen wir Silber, Gold und Platin und sollten idealerweise natürlich noch die Icons verändern. Da können wir irgendwelche nehmen. Ich habe mich jetzt gerade mal so für den Stern entschieden. Die Farbe haben wir ja schon geändert, bevor wir es kopiert hatten. Und vom Stern gibt es gleich mehrere Ausprägungen. Hier so halb ausgefüllt und Platin dann natürlich ganz ausgefüllt. Sehr gut. Ach so, die Preise. Ja, die Preise kosten unterschiedlich. Die verändern wir jetzt auch nochmal. Kopiere ich gerade einfach rein. Die Preise, die ich mir schon mal ausgeguckt habe. Und Platin, glaube ich, habe ich noch im Kopf mit ungefähr 455. Ja. Jetzt gleich noch eine Veränderung. Die hilft mir in meinem Business und ich bin ja komplett transparent. Ich zeige dir, wie ich die Seite aufbaue und eben auch meine verkaufspsychologischen und taktischen Gedanken dazu. Und dir soll es auch helfen für dein Angebot. Wenn der User jetzt soweit ist, sich für Preise interessiert, das ist ja auch immer ein Zeichen, das ist immer ein Kaufsignal. Und jetzt ist er vielleicht kurz an der Stelle, probiere ich das jetzt oder probiere ich es nicht? Und in dem Moment, wo es darum geht, eine gute Entscheidung zu treffen, zunächst mal überhaupt eine Entscheidung zu treffen, das machen Menschen ja nicht gern. Und da möchte ich ihn nicht weiter ablenken. Und deshalb lösche ich alle anderen Buttons und Links und Distractions, wie die Amerikaner sagen, die Ablenkung lösche ich komplett raus. Sodass es nur noch darum geht, jetzt sich für eine Kartra-Variante zu entscheiden und eben zu klicken. Und gerade Menschen entscheiden ja nicht gern. Und gerade im Kaufprozess, ob das jetzt um 1 Euro geht oder um 20.000 Euro, manchmal sind ja große Entscheidungen viel leichter zu treffen, dann geht es auch darum, dem Kunden Sicherheit zu vermitteln. Und deshalb werde ich den Button, wo es heißt, jetzt testen, im Grunde genommen haben wir ja unten die ganzen, die viermal die Links, werde ich den Button jetzt testen, umformulieren und dort nochmal meine Telefonnummer kommunizieren. Davon wird vermutlich nicht Gebrauch gemacht, aber sie ist da. Das heißt, ich signalisiere Präsenz, ich halte Händchen und bin bei Fragen absolut da. Das verändern wir jetzt hier nochmal. Ändere den Text, paste da meine Telefonnummer rein. Mach als Icon nicht mehr diesen Pfeil, sondern das Telefonsymbol. Einfach so praktisch, weil alle schon da sind in Kartra. Es ist genial, es ist einfach simpel. Es funktioniert, es funktioniert schnell und es sieht gut aus. Entschuldigt meine Begeisterung, ich liebe dieses System. Perfekt, so geht es bitte live. Jochenbik Slaus Heil